Huuu, was geil. Ah, da gibt's nichts mehr drin. Jetzt müssen wir 2,9. Oh, Big Points. Big Points. In 40 Sekunden Zeit. Raus da. Na, wir müssen warten bis der draußen ist, der Kollege. Und dann haben wir's. Ja, jetzt. Jetzt, ja. Du musst deine Keycard-Swipe auf dem Weg raus. So, jetzt geht's los. Jetzt kommen die ganzen Affen. Okay, ich kann mein Interaktions-Medus mehr öffnen. Halleluja. Ja, natürlich. Links steht irgendwo noch einer. Ich geh schon mal vor. Hinter, ähm, links steht einer an der Tür. Wir haben aber gut schon was verloren, ne. 52k. Aber okay, der kriegt... Und wir müssen so rechnen, der kriegt nur 300k, der Typ. Lester. Und es bleibt immer noch 2,5 für uns alle drei. Ist gut, was? Ja, ich stürm schon mal hoch und mach alles leer. Und räum. Mit ihm. Jetzt ins Büro rein stürmen. Ja, wir müssen ins Büro rein. Okay, du bist drin. Ich mach Seite. Ich mach rechts. Links. Clear. Theoretisch gesehen kann er kommen. Äh, gib mir Ding raus. Müll. Müll. Müll entsorgen und dann hinterlaufen zu dem Auto. Er soll uns einfach nachlaufen jetzt, dann haben wir es eigentlich. Okay. Er ist, du bist da. Er kommt auch. Gut. Oh, bitte sind jetzt hinten Autos, Alter. Bitte. 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 Komm. 2,8, Digga. Versaucht jetzt nicht. Bestell mal vor. Das Ding. So, was... Was wäre das schlimmste Auto? So ein Elektroauto. So ein Volt. E-Eclipse. E-Elicie, oder wie der heißt. Bitte. Bitte. Okay, wir müssen nur zwei Gegner eigentlich killen hinten jetzt, wo wir langlaufen. Nur die zwei an der Treppe da. Ganz links. Und dann hinter zum Parkplatz joggen. Ah ja. Gut. Scheiß auf die Fluchtautos, mein mein Gott. Braucht kein Mensch. Auf geht's. Ah, auf geht's. Da soll mitkommen. Ja, okay, kommt mit. Er ist brav. Ja, hinten stehen Autos. Ich seh's schon. Ich hab's ja schon gesehen. Digga, aber das sind zwei Sitzer, wie ich grad seh. Okay, wenn es jetzt mehr... Nein, nein. Wenn es jetzt mehrere Autos sind, dann fährst du mit dem in ein Auto. Und dann Ding, du weißt ja, wo wir hinfahren. Digga, dieses Elektroauto. Eclipse Auto steht wirklich da. Halt die Fresse. Ja, fahr du mit dem. Er soll mit dir ins Auto. Oder Ding. Er mit, oder er mit mir. Aber du weißt ja, wo wir hinfahren. Ja, er fährt mit mir mit. Dann fahr du alleine. Ja, du weißt. Jetzt weißt du es ja durch mich. Ja, egal. Wechsel auf der Autobahn, Auto dann. Ja, fahr, fahr so schnell. Am besten dreht sich dein Auto explodiert. Oh, großer Big Point gerade Digga. 2,5 Millionen für uns immer noch. Fährst du jetzt rückwärts? Ja, mach mal. Egal, wir haben's. Wir haben's eigentlich. Also, warum eigentlich? Wir haben's. Wir sind safe. 2,8. Cash in the dash. Hab ich den hier gekauft? Ja, radisch. Naja, egal. Ist egal Digga. Das ist scheiß auf die Elite jetzt gerade. Aber das ist der Big Point gerade. Das ist gerade absolut der Big Point. 2,8 Millionen Digga. Ich bleib hier stehen. Ich bin in der Nähe schon. Ich bleib hier stehen. Die gehen jetzt eh gleich weg, die Sterne. Also von daher brauch ich mir keine. Ich bin in der Nähe von der Decoy. Wir haben nicht lange, bevor sie rauskippen. Mh. 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 Alright, der Decoy ist weg. Du bist auf deinem Leben. Blinken deine Sterne schon? Meine Ahnung nicht. Die wissen doch gar nicht, wo wir sind, alter. Boah, die umstellen die ganze Autobahn gerade. Warte. Ich fahre ein bisschen weiter. Ah, jetzt. Oh Gott. Ich wollte gerade ein bisschen nach vorne fahren. Ford GT. Gutes Auto. Niki Lauda hat einen Spaß. Wo müssen wir hinfahren? Ah. Strand. Warte, warte, warte. Warte jetzt mal nicht jungen? Nee. Oh mein определier jetzt habe ich einen Button, wurden... Hallo. Warte, dope. Eine Lambda. Nee. Da Advents�igkeiten. Es sind diese Warnen. Bist! Ich bin nicht ein Wichtiges, ich bin nicht, was sie sagten, aber hör mich an, wenn ich sage, dass wir auf der Lage sind, die einzige größte Feinde von organisierten Kriminalität dieser Stadt nie gesehen hat. Admitend, ich bin mir selbst auf den Top Spot. Aber das ist nicht wichtig. Wir sind Sekunden entfernt von den HISTORY BOOKS, meine Freunde. Ich war nicht sicher, dass ich aus dem Retirementen komme, aber professionelllich zumindest. Es sieht aus wie ein guter Telefon, ja? Jetzt, hat jemand gesagt, TEQUILA? Almost there, find the buyer, and this is a done deal. Okay. Klau den Wohnwagen. Zeit. Ist das einzigste Auto, was hier rumfährt. Hier fährt kein Sportwagen rum. Nur SUVs, Wohnwegen, G-Klassen. Okay, da vorne im Tunnel fährt ein Auto rum. Ja, warte. Das Auto hast du doch auch in der Garage, was du jetzt fährst. Hm. Nein, nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja man, deine Musik läuft wieder Er tanzt zum Mitsu Ja man, deine Musik läuft wieder Ja man, deine Musik läuft wieder Also auf Sand sind beide scheiße Alter Jetzt bin ich mal gespannt Jetzt Ich komme mit 1,2 raus ja Wolle, 1,2 Cash in the Dash, Digga, Alter 18 Digga, habt ihr richtig gespielt gerade? Ne, eigentlich nicht Ok, gut Ne, eigentlich nicht, ne 15 Japaner-Punkte 4800 Erpaarungspunkte passt eigentlich, ja Mal gucken wieviel Geld er hat, ihr müsst eigentlich dasselbe bekommen haben wie du Sollen wir mal Hartz 4 Ampere tragen Und Ja 637k Da bekomme ich schlecht Wenn man dann meinen Anteil sieht Digga, bist du geizig? Ja schon Ich teile mein Geld nicht, Alter Ich muss, hallo, ich muss 25, ich muss immer 25k zahlen, ne Beste Ausrede Jetzt bin ich bei 21, jetzt bin ich bei 21k Ne, nicht einmal, ich bin bei 22 Ja, 22 Millionen Jetzt kann ich hier Jetzt kann ich hier mein Furia tunen So, jetzt ist erstmal die Firma geschlossen Jetzt muss ich warten bis Lester wieder anruft Ja, und danach treffen wir uns wieder alle beim Café, oder würde ich sagen Komm ins Café Okay, dann